Hallo zusammen, hier ist wieder Heutelan und herzlich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar T3 Grundtokens und dazu bin ich hier wieder bei dem kleinen Goblin in Naxxramas. Wir wollen wieder insgesamt 120 von den Druckmitteln des Todes ausgeben und uns 40 Tokens holen. Ich will ja gerade mein T3 hier so ein bisschen fertig kriegen und dazu würde ich sagen, gamble nochmal auf die Hände. Jetzt gucke ich mal, wo die sind. Schriftrolle, Armschienen, Gamaschen, Schiftung haben wir, Stiefel, Stulpen. Ich habe das hier gerade mit TSM ein bisschen umgewandelt, dass wir dementsprechend hier größere Mengen kaufen können. Mit dem Standinterface geht es irgendwie nicht, warum auch immer. Kannst du wieder keine Mengen aussuchen, aber mit TSM läuft das relativ gut. So, also 40 mal diese Stulpen holen wir uns jetzt. 120 Tokens haben wir dafür raus. Das sind ja 8 Runs. Man kriegt ja in einem Run 15 von den Geiselsteinen. Dementsprechend 8 Runs sind es 120 und die kann man ja dementsprechend hinten bei dem Goblin einmal umtauschen. Jutti, 40 Dinge haben wir. Dann legen wir los und haben mal wieder einen TSM-Bug. Dann machen wir mal einen Relog rein und ich erkläre euch dabei, wie das ganze System funktioniert. Um diesen Händler freizuschalten, braucht ihr mehrere Achievements. Eins davon ist quasi die Freischaltung vom alten Sholo. Dafür habe ich ein Video gemacht. Ist einmal in der Infobox drin. Dann braucht ihr die Secrets von Naxxramas. Das ist quasi aufbauend aus diesem Sholo-Rätsel. Denn ihr müsst für die Naxxramas-Rätsel quasi einmal nach in das alte Sholo rein. Heißt, die beiden braucht ihr. Und wenn ihr die beiden gemacht habt, dann gibt es nochmal ein paar Rätsel in Naxxramas selbst drin. Die könnt ihr aber erst machen, wenn ihr die Geheimnisse von Naxxramas freigeschalten habt. Und eins davon ist dementsprechend den Händler freizuschalten. Und erst wenn ihr den Händler habt, könnt ihr dementsprechend auch die Sachen bei ihm umtauschen. Beziehungsweise, ja, mit den Rätseln schaltet ihr auch frei, dass ihr quasi die Geißelsteine von den Bossen kriegt. Und ohne Geißelsteine haben wir natürlich auch keine Währung. Juti, jetzt sollten wir das überbrückt haben und euch quasi das auch noch mit erklärt. Und jetzt können wir hier einmal loslegen mit den Stulpen. Schauen wir mal, was haben wir da. Nichts Gutes. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Also so ein bisschen T-Mock versuche ich natürlich dann auch noch an den Mann zu bringen. Wir wollen das Zeug ja nicht komplett weghauen. Die meisten Sachen sind aber nicht viel wert. Oh ne, ich dachte gerade Epic-Teil, ne, das ist T3-Teil. Aber nein, was ist das hier für ein Rotz? Das ist irgendein World-Drop, ne, der halt leider auch nicht sonderlich viel wert ist. Jetzt habe ich gerade schon Hoffnung gehabt. Das ist immer das Bitterste, ne. Wenn du denkst, du hast es und dann schwimmen die Fälle wieder davon. Alles, was über 2000 Gold quasi wert ist, äh, ne, über 1000 Gold so rum, das versuche ich mal ins der Haar zu hauen. Den ganzen anderen Rest, alles bis 1000 Gold. Das rentiert sich meiner Meinung nach nicht. Das, äh, hau ich direkt zum Händler und weg damit. Weil du hast natürlich auch immer wieder Einstellkosten, ne, zum Reposten. Das ist natürlich auch Zeit und so. Also da jeden Scheiß immer ins Haar zu hauen, naja. Uh, uh, was haben wir da? Da sind sie. Stolpen des beklagten Kreuzfahrers. Sehr schön. Das ist das T3-Teil. Das ziehen wir jetzt mal hier runter. Das wollen wir nämlich nicht verkaufen, sondern das würde ich dann ganz gerne, ähm, mir selber upgraden, dass ich mein Set vollkriege. Aktuell sagt er mir, dass es 650.000 Gold wert ist, beziehungsweise Marktwert sind halt sogar 700.000. Schmerz natürlich. Also ich würde es auch ganz gerne ins Haar hauen, aber, ähm, ja. Wahrscheinlich ist es sinniger, wenn wir uns da selber das T3 durchholen. So, jetzt ballern wir den Rest noch durch, ne? Da war jetzt noch was dabei, was ganz gut was wert ist. Brauche halt insgesamt noch drei Teile, ne? Die Brust, die Hände und ich meine den Gürtel noch. Uh, was haben wir denn da? Das ist ja richtig was wert. Auch wieder so ein World Drop. Ob ich die natürlich für die Preise verkauft kriege, ist jetzt halt die andere Sache, ne? Aber probieren können wir es zumindest mal. Äh, ne, da lassen wir lieber die Finger von. Da auch. Komm, vielleicht noch so ein zweites T3-Teil. Wie wär's? Ne, schade. Wollte leider nicht. Aber gut, ich bin voll zufrieden, ne? Haben wir das nächste. Ich brauche jetzt noch den Gürtel. Und wenn ich den gegambelt hab, dann können wir tatsächlich das komplette Set voll machen. Und das Schöne ist, mit dem Set gibt es dann auch noch eine Heldentat. Und mit der Heldentat, äh, Heldentat, da sie es nur rausbringen, können wir uns tatsächlich dann auch zusätzlich noch ein paar Rezepte kaufen, ne? Und, ja. Da gibt es nämlich diese Upgrade-Tokens, die man quasi auch braucht, um das Zeug aufzuwerten. Und, ähm, da gibt es halt erst die Rezepte, wenn man die Heldentat hat, ne? Also, wär das auch noch eine Geschichte, für die, ja, für mich interessant ist. Jutti, das war's aber dann mit dem kleinen Opening-Video. Ich hau jetzt noch den, ähm, das Gedöns, was ich hier gekriegt hab, wenn's er hat. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne wieder beim nächsten Opening-Video. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.